Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Azure Fundamentals. In der heutigen Session schauen wir uns den Azure Advisor an. Das ist eigentlich unser persönlicher Cloud-Assistent. Wo finden wir unseren persönlichen Cloud-Assistent? Selbstverständlich in der Cloud. Ich habe direkt eine Verbindung aufgebaut zum Azure Portal. Da gibt es auch einige Ressourcen. Zum Beispiel gibt es virtuelle Maschinen, Storage Accounts, virtuelle Netzwerke. Der Azure Advisor analysiert bereitgestellte Azure Ressourcen und liefert Empfehlungen basierend auf Best Practices zur Optimierung von Azure Bereitstellungen. Und genau das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Ich habe den Advisor zu meinen Favoriten hinzugefügt. Sehen Sie, hier ist der Advisor. Sie können den Advisor aber auch suchen. Im Suchfeld geben Sie ein ADVI, abkürzt für Advisor. Und dann wird Ihnen der Advisor angezeigt. Und hier sind die verschiedenen Kategorien. Und Sie sehen, das Portal hat nun die Recommendations aktualisiert. Und es gibt verschiedene Kategorien in den Recommendations. Zuerst einmal die Kosten, dann Sicherheit, dann haben wir die Zuverlässigkeit, dann haben wir Operational Excellence, also optimaler Betrieb, dann Performance. Und dann können Sie alle Recommendations aufsuchen. Ich empfehle Ihnen wirklich, dass Sie mit dem Azure Advisor arbeiten. Es ist ein Assistent, der Sie unterstützt. Und oftmals höre ich die Aussage, ja, der Azure Advisor, der bringt gar nicht. Doch, der bringt etwas. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie haben eine virtuelle Maschine angelegt und Sie möchten nun das Cleanup durchführen. Sie löschen hier diese virtuelle Maschine. Wenn Sie das so durchführen, dann wird diese Maschine gelöscht. Aber die Komponenten dazu eben nicht. Ich möchte Ihnen das schnell zeigen. Eine virtuelle Maschine besteht aus mehreren Komponenten. Und wir sehen die Komponenten hier aufgelistet. Das ist die eigentliche virtuelle Maschine. Diese virtuelle Maschine hat aber auch noch eine zusätzliche Disk mit dem Namen Disk 3. Dann gibt es bei dieser virtuellen Maschine eine öffentliche IP-Adresse. Und es gibt bei dieser virtuellen Maschine selbstverständlich auch eine Betriebssystem-Disk. Muss man schnell schauen, vielleicht kann ich das etwas besser sichtbar machen. Nein, es geht leider nicht so gut. Doch jetzt kann ich nach unten navigieren. Sie sehen, da haben wir noch das Netzwerk-Interface und die Betriebssystem-Disk. Also grundsätzlich gilt zu sagen, eine virtuelle Maschine besteht mindestens aus drei Komponenten. Und zwar aus der OS-Disk, ein Netzwerk-Interface und dann noch die eigentliche Maschine. Die Konfigurationsdatei, das wäre die Konfigurationsdatei. Das sind die Minimum-Komponenten für eine virtuelle Maschine. Aus Testzwecken, wirklich nur aus Testzwecken, habe ich dieser virtuellen Maschine eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen. Das sehen wir hier sehr schön. Das ist die öffentliche IP-Adresse, Public IP-Adresse. Die habe ich nur aus Testzwecken hinzugefügt. Sie sollten einer virtuellen Maschine keine öffentliche IP-Adresse zuweisen. Das erhöht die Angriffsfläche. Also wenn Sie jetzt diese virtuelle Maschine einfach so löschen, und zwar hier unter Virtual Machines, dann wird die Konfigurationsdatei entfernt. Aber es wird die Netzwerkkarte nicht entfernt. Es wird die OS-Disk nicht entfernt. Die zusätzliche Disk wird auch nicht entfernt. Und die öffentliche IP-Adresse wird auch nicht entfernt. Sie haben dann Komponenten im Portal, die übrig bleiben. Und eine öffentliche IP-Adresse, die kostet, auch wenn sie nicht zugewiesen ist. Und wenn Sie jetzt den Azure Advisor aufrufen und zu den Kosten navigieren, dann findet der Azure Advisor diese öffentliche IP-Adresse, bemerkt dann, dass diese öffentliche IP-Adresse nirgends zugewiesen ist, und empfiehlt Ihnen dann, dass Sie diese öffentliche IP-Adresse entfernen sollten, damit Sie Kosten einsparen können. Also wirklich, das sind sehr hilfreiche Empfehlungen. Es geht dann weiter zum Thema Sicherheit. Sie erhalten hier die Auflistung, wie Sie Ihre Sicherheit verbessern können. Beispielsweise, der Microsoft Defender for Resource Manager should be enabled. Also schauen wir uns diese Empfehlung etwas genauer an. Was sollten wir denn genau machen? Hier die Beschreibung. Microsoft Defender for Resource Manager automatically monitors the resource management operations in your organization. Defender for Cloud, Detects, etc. Ich werde das selbstverständlich jetzt nicht vorlesen, aber Sie haben hier die Beschreibung. Dann haben wir die Remediation Steps. Was müssen wir machen? Ah, da gibt es einen Quick Fix. Das heisst, wir können mit einem Quick Fix arbeiten. Wir klicken auf Quick Fix Logic und dann können wir hier das Automation oder das Remediation Script hier bereits beziehen. Das ist das Automatic Remediation Script. Oder wenn Sie nicht mit dem Quick Fix arbeiten wollen und sich selber informieren wollen, dann navigieren Sie zu den Unhealthy Resources. Und da gibt es auch die Healthy Resources, die werden dann aufgerissen. Und eben hier die Unhealthy Resources. Da ist eine Subscription, die eben, sagen wir mal, nicht gesund ist, wenn ich das mal so übersetzen darf. Gehen wir zurück zum Advisor. Das sind also die Sicherheitsempfehlungen oder die Security Recommendations. Dann die Zuverlässigkeit. Da gibt es keine Empfehlung. Wenn wir uns irgendwie verbessern müssten, würden diese Recommendations hier aufgelistet werden. Dann Operational Excellence. Also optimaler Betrieb. Auch keine Empfehlung. Sehr gut. Dann noch bei Performance. Was haben wir bei Performance? Auch keine Empfehlung. Sieht also gar nicht so schlecht aus. Beim Thema Security, da gibt es Spielraum nach oben. Da können wir uns noch verbessern. Da haben wir einige Empfehlungen, die wir umsetzen können. Gut. Also, jetzt haben Sie den Advisor kennengelernt. Gehen zurück zur Übersicht. Und vielleicht möchten Sie ja keine solche Empfehlung verpassen. Dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich eine Benachrichtigung einrichten. Sie navigieren zu Alerts und dann können Sie sich eine Benachrichtigung einrichten. New Advisor Alert. Und ich glaube, das ist doch wirklich eine gute Sache. Wählen Sie die Subscription aus. Zum Beispiel Visual Studio Enterprise Abonnement. Dann müssen Sie eine Ressourcengruppe auswählen. Dann wählen Sie die Conditions aus. Die Kategorie. Sie sehen Cost, Performance, Reliability, Operational Excellence. Sie können die Kategorie auswählen. Zum Beispiel Performance. Und dann den Impact Level können Sie auswählen. Oder Sie wählen hier bei Configured By, wählen Sie Recommendation Type aus. Und dann können Sie den Recommendation Type auswählen. Ist dann allerdings sehr, sehr detailliert. Also ich denke, mit der Kategorie sind Sie wahrscheinlich besser bedient. Also Sie können hier die entsprechenden Kategorien auswählen. Und dann können Sie mit einer Action-Gruppe arbeiten. In der Action-Gruppe wird bestimmt, wie benachrichtigt wird. Sie können eine neue anlegen, wenn Sie keine haben. Das ist keine grosse Sache. Dann geben Sie noch einen Namen an, eine Beschreibung. Und dann entscheiden Sie sich, ob das Ganze eingeschaltet sein soll. Ja oder nein. Und dann wählen Sie Create Alert aus. So verpassen Sie keine Recommendations mehr. Über diese Benachrichtigungsfunktion. Das werden wir später noch sehen, wenn wir mit dem Azure Monitor mal arbeiten. Da kann ich Ihnen dann auch zeigen, wie Sie Benachrichtigungen einrichten können. Und jetzt haben Sie den Azure Advisor kennengelernt. Sie sehen übrigens, es gibt da noch eine Preview-Funktion. Den Advisor Score steht in Preview. Da gibt es weiterführende Informationen. Auch etwas anders dargestellt. Es ist noch eine Preview-Funktion. Zu einem späteren Zeitpunkt würde ich da nochmals vorbeischauen. Weil vielleicht ist es dann nicht mehr die Preview-Funktion. Und dann können Sie ebenfalls die Informationen aus dem Advisor Score erkunden. Sie sehen hier die Empfehlungen. 35 Empfehlungen. Und dann bei den anderen Kategorien gibt es keine Empfehlung. Das ist also die Preview-Funktion der Advisor Score. Ich lade Sie ein. Melden Sie sich direkt jetzt am Portal an. Rufen Sie den Advisor auf. Es ist Ihr persönlicher Cloud-Assistent. Und es ist verlänglich. Untertitelung des ZDF, 2020